meine sehr geehrten damen und herren ich begrüße sie alle herzlich zu unserem indienforum im rahmen der außenwirtschaftstage des bundesministeriums für wirtschaft und energie mein name ist stephan an usa ich bin hauptgeschäftsführer der ahk indien besonders begrüße ich natürlich die panelisten des heutigen forums herrn peter berz frau katharina klaas-mühlhäuser dr jürgen mohrhardt und herrn dr andreas nikolin die ihn dann gleich auch gerne noch etwas näher vorstellen werde zunächst habe ich aber noch ein paar organisatorische hinweise die veranstaltung wird aufgezeichnet es wird dann später auf der augie seite ein link zur verfügung gestellt damit auch diejenigen die die veranstaltung heute verpassen im nachhinein noch eine chance haben sich über das thema zu informieren fragen können sie jederzeit schriftlich stellen in der fragefunktion im control panel das müsste auf der rechten seite sein bitte schreiben sie dann auch dazu an wen sich die frage richtet ich werde sie dann entsprechend an den panelisten weiterleiten eine letzte bitte dann noch an die vertreter der presse sollten heute welche anwesend sein ich möchte sie noch mal an die regelung erinnern dass aus der veranstaltung nicht zitiert wird so dann kommen wir zum eigentlichen thema eu indien handelsabkommen wunsch oder wirklichkeit die verhandlungen über ein freihandelsabkommen zwischen der eu und indien stocken seit dem jahr 20 13 2016 kündigte indien dann eine ganze reihe von investitionsschutz abkommen darunter auch das mit der eu seither hat das thema eigentlich geruht seit einigen monaten allerdings scheint wieder etwas mehr bewegungen in die beziehungen zwischen indien und der eu und indien und deutschland zu kommen im herbst 2020 verabschiedete die bundesregierung ihre indopazifik leitlinien diese bringen unter anderem das deutsche interesse an einer diversifizierung und vertiefung der beziehungen zu den ländern asiens sowie an offenen märkten und dann freihandel zum ausdruck es ginge darum einseitige abhängigkeiten zu vermeiden und den schulterschluss mit den demokratien und den wertepartnern in der region zu suchen nicht nur weil der name indopazifik richtlinien als stärkere hinwendung zu ihnen interpretiert interpretiert wurde kam das natürlich in indien wurde das thema in indien sehr sehr wohlwollend aufgenommen sondern insbesondere auch weil man damit vermutet hatte dass es von seiten der deutschen regierung von seiten deutschlands eine gewisse distanzierung zum großen indischen rivalen china geben werde denn auch in auch indien verfolgt ja seit einiger zeit eine stärkere abkopplung von china nicht erst seit es im letzten jahr im himalaya wieder zu grenzstreitigkeiten gekommen ist mit zahlreichen toten umso größer war dann im letzten jahr die überraschung oder vielleicht sollte man sagen die enttäuschung in indien darüber wie sehr die bundesregierung darauf drängte noch während der eigenen eu-präsidentschaft im zweiten halbjahr 2020 ein investitionsabkommen zwischen der eu und in und china abzuschließen das kam ja dann auch kurz vor dem jahresende noch zustande die derzeitige portugiesische eu-präsidentschaft hat dagegen schon im vorfeld erklärt indien zu einem schwerpunkt der aktivitäten machen zu wollen das wurde unter anderem mit der einladung von premierminister narendra modi zum eu-gipfel am 8 main porto unterstrichen zu beginn des jahres veröffentlichte die eu ihre neue handelsstrategie in dieser werden drei mittelfristige kernziele für die handelspolitik genannt sie soll der erholung sie soll die erholung der wirtschaft in der eu unterstützen sowie deren transformation im einklang mit den ökologischen und digitalen zielen also dem green deal sie soll die regeln festlegen für eine nachhaltigere und gerechtere globalisierung und sie soll die fähigkeiten der eu stärken ihre eigenen interessen zu verfolgen und durchzusetzen auch autonom wo es den nord notwendig sein sollte es wird deutlich gemacht dass freihandelskommen sich eben nicht auf die verbesserung des marktzugangs beschränken sollen sondern immer auch die erfüllung der nachhaltigkeitsziele der eu unterstützen die wiederaufnahme der verhandlungen mit indien über ein handelsabkommen wird in der strategie nicht genannt in der vergangenen woche schließlich hat die eu ihre strategie zur zusammenarbeit mit der indopazifik religion vorgestellt der darin enthaltene absatz zum handel fällt relativ kurz aus man wolle so heißt es da die freihandelsabkommen mit australien indonesien und neuseeland zum abschluss bringen und weitere schritte in richtung eines umfassenden investitionsabkommens mit china unternehmen außerdem werde man weiterhin die vertiefung der wirtschaftlichen beziehungen mit indien untersuchen also kein wirklich hartes strategisches ziel aber das wird wohl seine gründe haben ebenfalls in der vergangenen woche twitterte dann die indische finanzministerin der malachita maran das ist ein großer erfolg für die portugiesische eu-präsidentschaft sei wenn im rahmen des gipfels am achten mai die verhandlungen über ein eu indien freihandelsabkommen wieder aufgenommen würden in der presse wurde das dann zum teil so weitergegeben oder wiedergegeben dass die entscheidung zur wiederaufnahme bereits gefallen sei das scheint aber dahingehend zu relativieren sein dass man sich nur darauf geeinigt hat sich einigen zu wollen beim gipfel die unterschiedlichen vorstellungen über über art und umfang des abkommens bestehen weiterhin indien hat immer wieder ein so genanntes early harvest agreement ins gespräch gebracht das sich zunächst einmal auf zoll senkung für bestimmte produkte und dienstleistungen beschränkt sowie die beseitigung ausgesuchter non tariff barriers ähnliche vorschläge hatten ja auch großbritannien und kanada unterbreitet ohne dass es zumindest nach meinem kenntnisstand bisher zu einem abschluss gekommen ist gestern dann interessanterweise hat die financial times berichtet dass im rahmen des eu indien gipfels der der jetzt am achten mai virtuell stattfinden wird weil premierminister modi aufgrund der corona situation in indien das land nicht verlassen wird und will dass also im rahmen des gipfels eine connectivity partnerschaft zwischen der eu und indien vereinbart werden soll die bereiche energie transport und digitales umfasst diese partnerschaft soll eine art gegen entwurf zur chinesischen belt and road initiative sein partnerschaft soll investitionen die jeweils eigene infrastruktur beinhalten aber eben auch in drittländer und diese mit einbeziehen dabei sollen insbesondere höhere umweltstandards als bei der belt and road initiative eingehalten werden und es soll vor allem auch viel stärker der fokus auf die finanzielle nachhaltigkeit die finanzielle machbarkeit der investitionen gerichtet werden eine ähnliche vereinbarung hat die eu jahr 2019 auch schon mit japan abgeschlossen auch die us-regierung hat verschiedene initiativen in die richtung gestartet immer als als gegenentwurf zu bri und die die financial times schreibt auch dass es durchaus möglich ist dass der punkt ist auf die agenda des nächsten g7 gipfels im juni in großbritannien schaffen wird zu dem ja auch vertreter indiens australiens und südkoreas eingeladen sind zusammenfassend denke ich kann man feststellen dass alle seiten immer wieder die bedeutung der wechselseitigen beziehungen betonen den wunsch diese zu vertiefen das führt allerdings in den letzten jahren zumindest relativ wenigen wahrnehmbaren fortschritt zumindest im sinne formaler vereinbarung mit dem heutigen forum wollen wir zu etwas mehr klarheit beitragen wo wir heute in den beziehungen zu indien stehen welche ziele die beteiligten bezüglich diese beziehungen haben und welche hoffnungen sie mit den vielleicht oder vielleicht auch hoffentlich anstehenden verhandlungen verbinden wir haben dazu ein sehr hochkarätiges panel für die diskussion am heutigen tage und wir beginnen mit peter berth peter berthes referatsleiter süd und südostasien australien und neuseeland bei der generaldirektion handel der eu-kommission er arbeitet seit 1993 für die eu-kommission und hat dabei in verschiedenen rollen mit drittländern in den bereichen schutzgeistigen eigentums und textilien gearbeitet unter anderem war er verantwortlich für die handelsbeziehungen mit den ländern ostasiens nordamerika und hierbei auch in der eu-delegation in washington und lateinamerika berth wo steht die eu heute mit ihren beziehungen zu indien was können wir kurzfristig vom eu indien gipfel anfang mai erwarten was sind die langfristigen ziele der eu wo sehen sie hindernisse sehr gespannt auf ihre ausführung so dankeschön und guten morgen guten nachmittag an alle teilnehmer wir sind bei 142 vorteil von diesen virtuellen events ist natürlich dass die teilnehmerzahl wirklich immer groß ist oder freue ich mich sehr dass wir hier ein bisschen uns über wunsch und wirklichkeit unterhalten können die sind natürlich immer sehr nahe beieinander wenn man mit indien zu tun hat ein gutes guter zeitpunkt für dieses forum natürlich denn wie gesagt am 8 mai haben wir ein gipfeltreffen also wir nennen es ein leaders meeting meeting denn diesmal ist es nicht so dass president michel den präsidenten von der leyen den prime minister modi treffen sondern diesmal auf initiative der portugiesischen ratspräsidentschaft alle staats und regierungschefs nach porto reisen werden minister modi wird ja zu hause bleiben und wir werden das nun virtuell abhalten von porto aus aber so ein leaders meeting selbst sogar mehr als ein gipfel erzeugt natürlich eine eigene dynamik hier auch im handelsbereich wir haben natürlich großes interesse mit mit indien in unsere beziehungen mit indien zu verstärken zu vertiefen ist natürlich ein großer markt ist aber auch ein schwieriger markt wie wir wahrscheinlich alle alle wissen hier kurzer rückblick hier dieses thema eines abkommens beschäftigt uns natürlich nicht erst seit gestern sondern eigentlich seit 15 jahren schon 2006 hat der rat uns ein verhandlungsmandat gegeben für verhandlungen mit über ein freiheitsabkommen mit indien das wurde dann und dann ein top up gemacht sind nach lissabon um auch die investitionen abzudecken so haben wir dann 2007 verhandlungen begonnen seit dem beitritt nach der nach dem inkrafttreten der wto unterliegen natürlich die handelsbeziehung mit indien den wto regeln wir haben derzeit kein abkommen wir haben es versucht zu verhandeln 2007 bis 2013 mussten wir dann suspendieren 2013 weil die ambitionen einfach nicht konkurrent waren zu weit auseinander lagen seit 2018 haben wir einen neuen anlauf genommen um zu schauen sind die gaps etwas kleiner geworden hier wir wollen ein umfassendes abkommen unser mandat heißt ambitioniert und umfassend sprich so müssen vorhanden liberalisierung im wahren dienstleistungssektor im öffentlichen auftragswesen wir müssen regeln vereinbaren im bereich geistiges eigentum wettbewerb et cetera und wir brauchen ein kapitel über nachhaltige entwicklung in den gesprächen seit 2018 verzeichnen wir ernährung in vielen bereichen aber die lücken sind auch größer geworden in anderen bereichen die make in india und die neue resilient india initiativen der indischen regierung machen es auch nicht leichter hier eine annäherung in verschiedenen bereichen zu erreichen so diese intensiven gespräche dauern an und ich muss leider schon dann eine halbe stunde hier weg weil wir weitermachen mit dem minister of commerce wir werden wir haben am letzten gipfel im sommer letzten jahres einen sogenannten high level dialogue und trade investment ins leben gerufen er traf sich vor zwei monaten zum ersten mal auf der ebene handelsminister goyal und executive vice president dombrowskis auf der kommissionsseite dieser dialog high level dialogue trifft sich wieder nächste woche um auch dann den gipfel das leaders meeting vorzubereiten wir legen natürlich wert darauf dass alles was wir mit ihnen vereinbaren auch im interesse der eu liegt und was nur an optionen auf dem tisch liegt das haben wir schon ausgeführt freiheitsabkommen gerne ja aber wir müssen natürlich sicher sein dass wir nicht nur verhandlungen aufnehmen das ist natürlich immer schön das zu verkünden aber wir müssen auch sicher sein insbesondere im licht der suspendierung der verhandlungen 2013 wir müssen sicher sein dass wir solche verhandlungen auch zufriedenstellend im rahmen unseres mandates zu ende bringen können denn wir müssen letztendlich diese das ergebnis durch den rat und durch das europäische parlament bringen die erwartungen sind natürlich groß insbesondere mit zu einem schwierigen und großen markt mit indien dass das ergebnis im beiderseitigen interesse liegt wie gesagt die lücken sind noch sehr groß wir müssen und wir sind natürlich initiativen jetzt was können wir stattdessen machen low hanging fruits sie nannten hier dieses early harvest abkommen phase one abkommen low hanging fruit abkommen das indien vorgeschlagen hat das entspricht natürlich nicht unserem verhandlungsmandat das ich vorhin ausgeführt habe entspricht auch nicht in unserer auffassung den regeln der welt handelsorganisation die natürlich vorschreiben dass substannte all trade in solchen abkommen vereinbart werden erfasst werden müssen und nicht nur ein paar produkte und die dienstleistungssektoren andere option ist natürlich ein investitionsschutz abkommen hier sondierungsgespräche gehen weiter das wäre unserer ansicht nach im beiderseitigen interesse hallo sah wir haben erwähnt dass indien vor ein paar jahren alle bilateralen investitionsabkommen gekündigt hat insbesondere auch mit 22 mitgliedstaaten der eu das heißt die investitionen nach indien sind nicht durch ein bid geschützt wir sehen aber in indien auch insbesondere durch die make in india initiative hier ein indisches interesse wieder solche solche abkommen abzuschließen durch die lissaboner vertrag hat die eu nun die kompetenz solche verhandlungen zu führen wir haben solche abkommen schon unterschrieben mit vietnam mit singapur und ähnliches abkommen mit mit innen mit mit china aber da ist auch markt zugang drin und nicht nur investitionsschutz so wir glauben ein investitionsschutz abkommen wäre eine solche low hanging fruit und im beiderseitigen interesse natürlich gibt es auch viele andere bereiche der kooperation wir haben ein ganzes sammelsurium von working groups trade committees subcommittees im handelsbereich ist mit den verschiedenen bereichen der handelsbeziehung beschäftigen auch mit den barrieren in der handelsbeziehung wir können natürlich noch viel weiter ausbauen im bereich kooperation was technische regelungen angeht digital und grün ist natürlich top und die agenda zusammen mit der connectivity plattform würden wir hier auch weitere zusammenarbeit anpeilen und zum beispiel auch über lieferketten nachhaltigen nachhaltigen lieferketten ein großes thema insbesondere auch durch die kobe krise erläutert also wie gesagt nächste woche neues treffen zwischen herrensminister goyal und exekutive vice president dombrowskis 8 mai dann des leaders meeting hält uns ziemlich auf trapp hier wie gesagt in halben stunde machen wir weiter mit den inden und diese verschiedenen sitzungen vorzubereiten ich schließe mal hier und hoffe dass ich jetzt auch von anderen panelisten deren perspektive hören kann dankeschön ganz herzlichen dank herz für ihre ausführungen für die darstellung der position der eu-kommission ich denke da ist es einfach auch tatsächlich zu wissen wo die wo die zielrichtung hingehen wird ich bin sehr gespannt es hört sich für mich so an als wären doch tatsächlich die die nächsten wochen bis hin zum gipfel oder zum leaders meeting dann am achten mai sehr entscheidend um zu sehen können wir die fortschritte machen die notwendig sind und dann tatsächlich auch damit formal verhandlungen über was auch immer oder in welchem umfang auch immer danach zu starten also in dem sinne bedanke ich mich schon jetzt für ihr statement bedanke mich für ihre zeit dass sie für ihre teilnahme sie hatten es ja schon gesagt sie können leider nicht bis zum schluss bleiben weil sie mit den indischen counterparts jetzt verhandlungen aufnehmen müssen das hat ganz sicher vorfahrt insofern wünsche ich ihnen schon jetzt natürlich viel erfolg für die anstehenden verhandlungen vor und dann auch während des leaders meetings vielen dank so nachdem wir jetzt die einschätzung der eu-kommission gehört haben wollen wir die perspektive zu den unternehmen wechseln das wird katharina klaas mühlhäuser tun katharina klaas mühlhäuser hat nach einer lehre zur industriekauffrau in st gallen in der schweiz betriebswirtschaftslehre studiert nach dem nbe abschluss war sie für den technologiekonzern abb tätig sie ist vorsitzende des aufsichtsrats und des gesellschaft der ausschusses der klaas kg a zu ihren externen mandaten zählt ein sitz im aufsichtsrat der kws saad ag darüber hinaus ist sie mitglied im zentralen beirat der kommerzbank im asien-pazifik ausschuss sowie im vorstand des ost ausschusses der deutschen wirtschaft katharina klaas mühlhäuser ist verheiratet und hat drei kinder frau klaas mühlhäuser ihr unternehmen die klaas kg a ist selbst mit zwei standorten in indien tätig sie kennen also die die positiven und die weniger positiven seiten des dortigen marktes welche erwartung haben sie einen handelsabkommen der eu mit indien was sollte aus ihrer sicht mindestens abgedeckt sein damit die unternehmen auch direkt davon profitieren können und welche erwartung haben sie vielleicht auch darüber hinaus an die regierungen beider seiten ja vielen dank herr luser ich freue mich sehr dass ich heute dabei sein kann es war mir auch sehr wichtig indien ist sehr wichtig für klaas mir nur ganz kurz weil sie es nicht erwähnt haben manche menschen werden das vielleicht nicht kennen weil wir in einem markt unterwegs sind der nicht alle menschen berührt nämlich die landwirtschaft und wir stellen erntemaschinen her und traktoren insbesondere in indien mehr drescher und das auch schon fast seit 30 jahren wir sind direkt nach der marktöffnung 1991 sehr schnell los gelaufen und haben einen kleinen mehr drescher entwickelt für die ich sag mal kleineren flächen mit geringeren arbeitsbreiten in indien haben mit einem partner angefangen und tun das eben schon sehr lange sehr erfolgreich und sind vor zwölf jahren nach chandida gezogen und haben dort auch eine neue fabrik gebaut also es ist wirklich wichtig und wir haben glaube ich da auch sehr erfolgreich uns etabliert mittlerweile nutzen wir aber unsere produktionskapazitäten nicht nur für den lokalen markt sondern wir exportieren auch wir haben also wir haben außerdem engineering services etabliert das heißt wir nutzen auch die indischen kapazitäten für zeichnungen für andere standorte und ganz wichtig und deswegen war es mir wichtig heute hier zu sein das thema global sourcing wo wir ein team dort sitzen haben die uns da unterstützen und ein halbes abkommen mit klaren präferenzen wäre für glas durchaus wichtig weil wir insbesondere mehr importieren aus indien als dass wir exportieren weil wie erwähnt die maschinen schon andere kategorie sind und wir mit europäischen maschinen dann nicht besonders weit kommen erst mal kann ich beglückwünschen weil indien ist auf dem weg zum industrie land auf einem sehr guten entwicklungsweg und die infrastruktur ist hat sich so extrem fort entwickelt das finde ich großartig und auch dass wir jetzt dieses mehrwertsteuersystem haben hat sehr geholfen also nicht nur in der abwicklung sondern auch tatsächlich in der logistik und das alles führt natürlich dazu dass alles die handelspräferenzen überprüft wurden und sich die zollsätze erhöht haben für immer mehr warengruppen die wir gerne nach deutschland vor allen dingen ausführen wollen ich gebe mal so ein beispiel das wäre bei reifen bei einem einfuhrvolumen von zwei bis drei oder vier millionen euro für class vier prozent das macht schon eine ganze menge aus aber was ich betonen möchte sind auch warengruppen komplexerer natur zum beispiel luft gefederte fahrersitze also wir sprechen hier nicht über irgendwelche teile wo sich der transport nicht lohnt was auch ein thema ist sind ersatzteile wo wir zwischen siebeneinhalb und 15 prozentzölle sehen und den verlust der ursprungseigenschaft das ist jetzt für die technisch versierteren an der stelle wenn wir zum beispiel ersatzteile haben die wir aus indien in die eu einführen jetzt ein spezielles thema und dann nach uk liefern und die weiter nach irland dann verliert es diese ursprungseigenschaft das sind so feinheiten die aber dann an der stelle tatsächlich eine rolle spielen können weil wir zentrale ersatzteillager haben in der eu und uns wäre natürlich ein freihandelsabkommen am allerliebsten aber so würden wir schon mal sehr weit weit vorwärts kommen und was mir auch ein anliegen ist aber das hat mit dem freihandelsabkommen nichts zu tun was für waren gilt sollte am liebsten auch für menschen gelten wir sehen ja durch die pandemie durchaus einschränkungen die hoffentlich wenn die pandemie in griff kommt durch impfungen wieder zurückgenommen werden das muss aber auch tatsächlich mal besprochen werden und sichergestellt werden die gesundheit geht vor aber diese freiheiten sind auch sehr wichtig weil man kann nicht alles die die teile lösen und mein letzter punkt um die redezeit nicht zu strapazieren in dem momentanen politischen umfeld finde ich das signal dass die eu wieder über ein freihandelsabkommen oder handelsabkommen mit indien spricht von investitionsabkommen ein unglaublich wichtiges weil die coupling und ähnliche stichworte und die globalpolitische situation mich dazu bringen zu sagen wir müssen uns partner suchen um nicht zwischen den großmächten da auch ich will nicht sagen zerquetscht zu werden aber wir haben alle das gleiche interesse handelswege offen zu halten und meines erachtens sind gegenseitige abhängigkeiten nicht schlecht sondern gut für die weltweite stabilität ich würde mich sehr freuen wenn dies zustande kommt herzlichen dank ja vielen dank liebe frau klaus mühlhäuser für ihre ausführungen auch dass sie so die ganze bandbreite geschlagen hatten von niedrigen zollsätzen die ihnen unmittelbar helfen hin zum großen politischen bild was wir eben mit einem freihandelsabkommen und auch darüber hinaus erreichen können ich denke auch das ist ganz wichtig sie haben auch einen anderen wichtigen punkt angesprochen nämlich die die freiheit zu reisen und und die möglichkeit dass sich die menschen wieder frei und ohne beschränkungen zwischen den zwischen der eu und deutschland eben in den bewegen können ich denke auch dass es in anbetracht der ziele enger zusammenzuarbeiten ein ganz wesentlicher punkt der auch der auch betrachtet werden muss also ganz herzlichen dank nochmal wir bleiben bei den unternehmen und gehen jetzt aber sozusagen mitten rein nach mumbai das wird dr jürgen mohrhardt für uns tun dr jürgen mohrhardt ist seit 2016 deutscher generalkonsul in mumbai aufgrund seiner engen beziehungen zu indien wollte er seinen aufenthalt in indien gerne verlängern was ihm aufgrund seiner verdienste und deutschland beziehungen dann auch ermöglicht wurde nach seiner promotion in internationalen beziehungen hat er verschiedene positionen im auswärtigen land in bonn und berlin inne gehabt sowie einige stationen im ausland unter anderem in washington wo er auch schon herrn berth getroffen hat wie wir vorhin gehört haben hongkong tokyo afrika außerdem war er der deutsche botschafter für sri lanka und die malediten er hat ist passionierter sportler leitet wahrscheinlich deswegen gerade besonders unter den korona restriktionen seit jahren vertritt er in seiner rolle als generalkonsulat die interessen der deutschen wirtschaft in maharashtra shatishka kujarat goa matyapadesh und einiger weiterer unionsterritorien dadurch kennt er die realität vor ort bis ins kleinste detail herr dr mohrhardt aus ihren erfahrungen der letzten jahre wo drückt der schuh bei den deutschen unternehmen vor ort tatsächlich und inwieweit kann bei diesen themen handels oder investitionsabkommen helfen welche darüber hinausgehende unterstützung seitens beider regierung ist keine verbesserung der wirtschaftsbeziehungen aus ihrer sicht beziehungsweise aus der sicht der deutschen unternehmen vor ort notwendig und wirklich ja ich grüße recht herzlich aus mumbai insbesondere meine panelisten frau katharina klaas müllhauser alle anderen kollegen auch die mir zum teil ja schon seit jahren bekannt sind dann natürlich alle teilnehmer die sich für dieses thema interessieren an indien führt natürlich kein weg vorbei das wissen wir alle deswegen treffen uns hier und deswegen sind wir auch teil dieser außenwirtschaftstage 2021 und wir wollen ja hier noch mal der frage am eu handelsabkommen nachgehen für mich ist ein privileg als generalkonsul an so ein thema mitzugehen normales in eu handelsabkommen diese fragen ja der höheren politik vorbehalten während ich ja eher der mann aus dem maschinenraum bin der on the ground tagtäglich praktische probleme für die firmen löst noch mal frau klaus müllhäuser hat das jetzt mal ausgeführt man muss auch noch mal wissen wo bewegt sich eigentlich in den wieder noch mal ganz kurz sagen es ist natürlich eine riesige perspektive jetzt unabhängig von den korona bedingten einschränkungen die wir haben aber das ziel der regierung bis 2025 eine eine trillion us dollar manufacturing economy zu werden dann die neueste initiative von minister moti die self-reliant industry aufzubauen und in der self-reliant zu machen von supply chains ist natürlich eine riesige perspektive die natürlich von global für unternehmen von interesse sind natürlich auch von unternehmen aus der eu es ist natürlich auch noch mal so in den ist für viele deutsche unternehmen nicht neuland auch nicht für deutschland neuland mein konsonat besteht in mumbai seit 1856 kalkutta seit 1854 viele deutsche firmen sind über 130 jahre bereits im land und arbeiten indien eigentlich nicht als einen kurzfristigen markt auch wenn immer natürlich neue dazukommen sondern alles sind hier in einem langen atem und haben eine lange perspektive in indien und schauen über kurzfristige entwicklungen eigentlich hinweg und man lassen in indien keinen weg vorbeiführt auch wenn man nicht optimale erfahrungen gemacht hat zeigt beispielsweise dass es auch rückkehrer gibt die schon mal in den rücken gekehrt haben wie tier system deutsche telekom oder beispielsweise energon wir alle in meinem amtsbezirk befinden sich über 40 prozent der deutschen investitionen es sind alle branchen vertreten und mit denen bin ich natürlich ständig im gespräch und natürlich ist ein abkommen ein freihandelsabkommen egal wie das ausbuchstabiert seit in welcher breite natürlich immer von vorteil das ist ja vollkommen außer frage weil ein freihandel regelt natürlich einen größeren marktzugang für für den für den markt insbesondere auch in richtung eu für aus indischer seite und hier möchte ich eine zwischenbemerkung machen was ist noch mal das interesse der der indischen firmen oder der indischen regierung an eu wir konnten hier schon etwas 2019 feststellen ein wiederermachtes interesse indiens allgemein der indischen wirtschaft am eu wirtschaftsraum dieses decoupling die einschränkung abschränkung abschrottung einiger märkte handels differenzen und politische differenzen zwischen china us haben plötzlich eu als wirtschaftsraum einen neuen stellenwert gegeben die hat sich bei uns wieder geschlagen indem wir in einer antragsflut in einer tsunami an business visa nach deutschland im prinzip und ertrunken sind das war eine ganz interessante entwicklung alles praktisch früher bis bis ende 2019 und wir konnten feststellen dass viele die damals die wir dieser bei uns beantragt haben zuvor überhaupt noch nie in der im eu und dem schengen raum war aber das war eine ganz normale reaktion denn aus indischer perspektive ist natürlich die eu global gesehen der einzige große wirtschaftsraum neben china und usa aber der einzige große wirtschaftsraum der nie probiert hat einschränkungen und marktzugang langs beschränkungen einzugehen und natürlich auch keine politik ansätze jetzt irgendwo in petto oder im im ärmel im ärmel hat dann wir sind als wirklich überflutet wurden insbesondere deutschland weil wir natürlich nur ein standort sind an messen messeplatz und wir konnten wie gesagt damals die die allen visa gar nicht gerecht bedienen natürlich provit hat jetzt eine andere eine andere wirkung entfaltet wie das ja auch schon angesprochen wurde aber die attraktivität aus indischer sicht europas hat hat glaube ich aus meiner aus meiner praktischen erfahrung hier enorm zugenommen und ist vollkommen klar natürlich natürlich hier das freihandelsabkommen wirkt einem messen marktzugang und wir wissen auch wenn natürlich der europäische markt für indischer seite und die administration dort von größerer bedeutung sind dass natürlich das europäische potenzial in denen bei weitem nicht ausgeschöpft sind und hier kann natürlich ein ein freihandelsabkommen nur nur einen push geben und einen boost geben und da gibt es ja also wirklich voraussagen um wie weit das passieren wird da liegen ja zahlen auch auch der eu und anderen vor und ob es dann so eine verdoppelung des des handels austausches innerhalb von 10 bis 12 jahren kommt muss man natürlich abwarten es gibt natürlich auch viele auch viele unterschiedliche sektoren aber weiterhin ein fte würde natürlich für indien auch eine kostenreduzierung von einfuhren bringen weil natürlich viele der der produkte es wurde gerade angesprochen von frau glas auch klaus mühlhäuser dass natürlich viele der der produkte sei es ersatzteile sei es zulieferung sei es halb produkt waren zöllen unterliegen die in die deutschen unternehmen in eine nicht adäquate wettbewerbsposition bringen es mal im vergleich zu zu firmen aus ländern japan oder korea hier gewisse markteingangsvorteile haben dann gibt es natürlich auch die hoffnung ist natürlich dass ein fte ein freihandelsabkommen natürlich auch non-tarif also nicht tarifäre handelshemmnisse beseitigen möge auch hier gibt es eine ganze reihe von von problemen die die deutsche firmen und europäische firmen in der vergangenheit getroffen haben ich erinnere nur an auch kurzfristige anti dumping measures dann leisening und registration von firmen und produkten das hier also erwartet man sich auch viel insgesamt wird ein fte natürlich auch den produktionsstandort indien für europäische firmen stärken weil eigentlich die firmen dann hier eine größere wettbewerbsfähigkeit gewinnen würden einfach durch eine verringerung ihrer kosten und natürlich auf vereinfachung ihrer geschäftsprozesse ich bin da noch mal auch der frage nachgegangen jetzt mit den firmen hier so ungefähr was sind jetzt die 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 vorteile oder wie sind die deutschen firmen hier das und hab da mal gefragt was ist denn jetzt wirklich strichlich für euch für die firmen die jetzt hier sind und dann kann ich sagen da mein ist mein fact finding so gewesen alles sagen und wir nice to have nice to have aber es gibt natürlich dinge die sich ein freihandelsabkommen interessanterweise nicht regeln lassen können das sind natürlich beispielsweise die verlässlichkeit langfristiger politikansätze indiens das sind natürlich die probleme die alle alle firmen umtreiben da geht es von dem local content standards zu den industrie standards die geändert werden die regionaler natur sind da gibt es die unheilige subventionspolitik ist innerhalb indiens dann gibt es kurzfristige politikansätze wie beispielsweise die kurzfristige anti china politik wo dann auch zum beispiel deutsche unternehmen die über tochterfirmen in hongkong reagiert haben plötzlich als chinesisches unternehmen klassifiziert werden dann fehlt eine verlässliche anwendung der zollsätze und steuerpolitik kurzum es geht den meisten firmen drum einfach um verlässlichkeit in der politik und unvorhersehbarkeit der langfristigen wirtschafts wirtschaftsentwicklung dann auf diesem auf diesem gebiet es geht auch insbesondere drum strukturelle probleme gehören natürlich zum alltag aber da das ist ein breites trimmer da komme ich gleich dazu aber das ziel der firmen durch alle bereiche da kann man auch die täter zunehmen da kann man auch den banken finanzsektor dazu nehmen also nicht nur die verarbeitende industrie heißt man möchte ein level playing field haben mit dem mit den einheimischen firmen dass man mit denen konkurrieren kann die strukturellen probleme die firmen vor ort natürlich haben dass das wird der unternehmer hier bekannt sein ist natürlich die infrastruktur infrastruktur das heißt natürlich ganz einfach oft oftmals wie sieht die straße aus ist die straßenverbindung ist auch sehr unterschiedlich geregelt und und sie werden es nicht glauben manchmal muss auch ich in die niederung absteigen und muss dafür kämpfen dass gerade bei ein überhaupt über ein an das industriegebiet wo deutsche firmen sich niedergelassen habe dann endlich auch mal eine asphaltierte straße kommt oder schlaglöcher behoben werden und und dadurch der transport möglich wird und viele firmen haben probleme durch die schlechte infrastruktur dass in ihre produkte sogar beschädigungen ausgesetzt werden das ist aber jetzt nur mal mal so ein bisschen an am rande weitere probleme haben die firmen hier das sind natürlich dann dann probleme die nicht nur die indischen firmen sagen das ist die öffentliche auftragsvergabe das ist der schutz an recht am geistigen eigentum das ist die bürokratie das ist korruption das sind probleme mit der bodenreform das sind generell die ganzen administrativen defizite die vielen auch bekannt sind die natürlich sich durch ein fta nicht beheben lassen aber die man natürlich auf andere art und weise beheben kann und wir uns auch bemühen zu beheben deswegen viele firmen sagen wenn schon ein fta nicht kommen sollte dann wäre natürlich in unser interesse dass das bisher praktizierte fast track verfahren das ist ein dialog auf ebene der botschaft mit den indischen behörden noch mal verstärkt wird vielleicht neu justiert wird denn das war ein sehr erfolgreiches verfahren um um viele probleme die deutsche firmen haben sei es besteuerungsverfahren regulatorische verfahren zwischen den regierungen auszuräumen hat was sehr erfolgreich etabliert war immer sehr erfolgreich natürlich auch jetzt halt mit deutschland bilateral im bilateralen sinne auf der anderen seite dann natürlich sind es dann natürlich halt noch mal das ist die die praktische unterstützung die praktische unterstützung vor ort die es nicht nur das gk ergeben kann sondern es ist natürlich auch auch die kammer die natürlich als dienstleistungssektor mit mit dabei ist wo es dann wirklich darum geht das sind dann die aufgabengebiete die wir haben dann die zum alltag gehören da gibt es natürlich mit der umsetzung des des leber kurz probleme es gibt illegale streiks es es gibt grundstücks probleme es gibt probleme bei der auslegung von arbeitsrecht probleme bei der auslegung von genehmigungsverfahren erschließungsprobleme bei grundstücken aber hier muss man sagen da kann bietet die kammer und auch das gk viele praktische unterstützung im alltag an und nicht desto trotz ist natürlich was für indien spricht zwei zwei faktoren indien hat dennoch trotz aller probleme ein starkes zivil und gesellschaftsrecht also der rechtsweg und vermittlungsverfahren stehen stehen alles sehr offen ist mehr oder weniger auch frei von politischer verein beeinflussbarkeit und die deutschen firmen mögen wahrscheinlich nicht immer denn das heißt dass das ergebnis aber zumindest ist eine große nach wie vor eine große unabhängigkeit der justiz gegeben und der ganz große vorteil ist natürlich auch das affaire de kammer wie auch hier und die botschaft die indien führen einen offenen dialog es ist nicht so dass man vor einer black box ist und hat keinen zugang zu den behörden nein nein es sind große bemühungen da dann hat offene türen wir haben verschiedene foren eingerichtet wo wir uns regelmäßig treffen mit verschiedenen ebenen der regierung dort wird alles angesprochen man bekommt oft oft auch erklärt warum irgendwas nicht funktioniert versteht das dann auch das nützt natürlich im ende nichts aber das ist natürlich auch nicht in jeder jeder gesellschaft zu vergeben gegeben noch mal abschließend natürlich noch mal für die unternehmen zumindest hier ein fta ist nice to have aber ansonsten gibt es viele andere probleme die für aus ihrer sicht wichtiger sind hier zu lösen die dem msel dienen dass sie ein level playing field haben mit allen anderen dankeschön vielen dank dr mohrhardt für die die tatsächlich detail und kenntnisreichen ausführungen zu dem was hier vor ort passiert ich habe noch mal zwei wesentliche themen mitgenommen ja ein fta wenn ein freihandels abkommen ist ist wertvoll ist sinnvoll für die unternehmen vor ort aber eben auch gerade bei indien entsprechende vereinbarung auch mit unseren sozusagen konkurrenten japan und korea abgeschlossen hat das heißt wir sind vor dem hintergrund eben nicht auf einem level playing field vor ort unterwegs das bringt uns nachteile an ein ich habe den ausführungen aber auch entnommen dass es durchaus nicht unerhebliche weitere probleme gibt die alle nicht in der durch ein freihandels abkommen gelöst werden können wo sie einfach darum geht vor ort jeden tag mit mit den behörden und mit den beteiligten auf beiden seiten zu arbeiten habe aber auch zum schluss genommen die aussage dass dafür eine offenheit da ist das heißt es wird sicherlich eine zeit in anspruch nehmen aber es gibt zumindest den wunsch auch hier die dinge tatsächlich zu verbessern also ganz herzlichen dank ja wir bleiben in indien wir bleiben auch in mumbai aber wechseln noch mal die perspektive bisher haben wir vor allem durch die deutsche brille auf die indisch deutschen wirtschaftsbeziehungen geschaut wir aber sehen die durch die brille eines indischen unternehmens aus den blick eröffnet uns nun pune chatwal pune chatwal ist seit 2017 managing director und chief executive officer the indian hotels company limited das ist die führende hotel kette indiens zuvor war er ceo der steigenberger hotel ag sowie chief development officer der resider group carlson hotels worldwide herr chatwal ist absolvent der daily university und das institute of hotel management daily und er hat darüber hinaus ein mba in hospitality der essec paris herr chatwal ist schon angesprochen worden die eu ist der wichtigste handel handelspartner indiens und ist nach den usa auch der größte exportmarkt indiens innerhalb der eu wiederum ist deutschland der größte handelspartner dennoch sind sich alle beteiligten einig dass es da durchaus noch luft nach oben gibt was müsste aus sicht der indischen unternehmen geschehen um den markteintritt indische unternehmen in deutschland beziehungsweise der in europa zu erleichtern was wünschen sie sich von einem handelsabkommen oder auch darüber hinaus von einer vereinbarung zwischen der eu beziehungsweise deutschland und indien herr chatwal bitte vielen dank herr haluser guten tag meine damen und herren ich bevor ich zu dem thema komme also eigentlich möchte ich darüber was sagen was dr mohrhard gesagt hat er hat am anfang gesagt an indien fährt kein weg vorbei zwischendurch hatte gesagt es gab ein tsunami von business visum und dann hat er im detail dargestellt was für herausforderungen challenges schwierigkeiten gibt hier in diesem land zu führen indirekt hat er das bestätigt was wir alle hören indien ist der größte paradox dieser erde also ist egal was man sagt das gegenteil ist auch wahr und das war so musste ich schmunzeln als ich die rede gehört habe und wie er gesagt hat ich habe 28 jahren fast in eu verbracht und die andere hälfte die andere 28 jahren in indien und da kann ich sagen dass indien ist eine ewige chance insbesondere seit zehn jahren und die indischen unternehmen können nur von die struktur von den management expertise von deutschland oder von eu profitieren was indien anbieten kann ist super fachkräfte das ausbildungsniveau hier ist sehr sehr gut teilweise besser als irgendwo anders auf der welt die bevölkerung ist sehr jung so dass man auch mit fachkräften austausch anfangen kann grundsätzlich sind menschen fähig viele sprachen zu sprechen so dass für den deutsch oder französisch oder eine andere sprache zu lernen sollte nicht so schwer sein im vergleich zu anderen ländern wo man nur eine sprache spricht die investitionsfähigkeit von indien ist auch sehr sehr stark das ist auch ein paradox es gibt hier sehr arme menschen aber es gibt auch sehr sehr reiche leute sehr sehr reiche firmen die auch in deutschland und auch in die eu vertreten sind und seit jahrzehnten hat indien zum beispiel sehr viel in großbritannien investiert aber die chance und wenn diese awareness entwickelt wird ich bin ziemlich davon überzeugt dass indische firmen auch in europa investieren werden Man sollte sich verschiedene Business Models vorstellen, aber vielleicht in dem Short Term sollte man sehr viel an Joint Ventures denken. Für alle möglichen Probleme, die Dr. Bohat vorgestellt hatte, dass man mit einem lokalen Partner das besser bewältigen kann, im Vergleich zu alles alleine zu machen, aber man kann das auch alleine machen. Was Herr Bertz am Anfang sagte, ja das stimmt, einige Sachen wie Resilient India oder Make in India war vielleicht das Gegenteil, was man hören wollte, aber ich finde das als eine Chance. Man sollte hier die Regierung in ihrer Vision stärken und da ein Formell finden, wie man Business leiten kann, damit man die sogenannten Low Hanging Fruits schneller greift. Ich denke, die indischen Fähren können sehr viel anbieten, sie können Infrastruktur anbieten, vielleicht nicht an der Straße, das ist ja sowieso ein Chaos, wenn man in Deutschland gelebt hat. Aber Infrastruktur, weil sie alles haben, sie haben die Fabrik, sie haben das Grundstück, sie haben die Möglichkeit zum Geld, die Schulen, die Unis, alles ist ja da. Und man kann vielleicht das benutzen, wie man mit der bestehenden Struktur, dieser Traum von Resilient India oder Make in India benutzen kann, um einen Win-Win zu schaffen. Was indische Firmen sicherlich bringen können, wie ich gesagt habe, ist fachkräftig und auch Investitionen bringen. Und ich denke, was Asien insgesamt profitiert von, das war zumindest meine These immer, also Marketing von Amerika, Management von Europa, aber das emotionale Denken, emotionale Intelligenz kommt aus Asien. Und wenn man die drei kombiniert, ist es eine Superkombination, von der jeder profitieren kann. Das nur zum Einleiten, Herr Hadusa, also, aber ich denke, wenn wir weiterreden, kann ich noch konkreter Sachen sagen, aber insgesamt kann ich nur sagen, das ist eine Riesenchance, weil dieses Land wird in zehn Jahren ganz anders aussehen und so wie es auch jetzt anders aussieht als vor zehn Jahren. Also vor zehn Jahren war Indien nicht da, gerade nach der Finanzkrise auf der Welt, wo es heute steht. Und ich kann es auch, ich finde das auch so, dass, weil ich hier nicht gearbeitet habe, 28 Jahre lang und jetzt erst seit dreieinhalb Jahren, die Chancen, die Möglichkeiten sind alle da, trotz die Schwierigkeiten, weil es nicht einfach ist, 1,3 Milliarden Menschen in Demokratie mit verschiedenen Religionen, Sprachen zu führen. Aber das ist genau wieder ein Paradox, was dieses Land sehr, sehr interessant macht. Und ich finde in dieser, wie die Frau Müllhaus auch sagt, auch politisch gesehen, wenn man an die Großmachten denkt, das ist ganz wichtig, enger zusammenzuarbeiten. Nur so kann ein Wunsch oder ein Traum die Wahrheit werden, was auch unser Thema heute ist. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Chathwal, für die indische Perspektive. Vielen Dank auch natürlich darum, ein bisschen einen positiven Tenor reinzubekommen in unsere Diskussion darüber, welches Potenzial wir sehen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass Indien in den letzten 10, 15 Jahren eine enorme Entwicklung durchgemacht hat und das ganz sicher Indien in 10 Jahren anders aussieht und aussehen wird, als es heute ist. Zwei Aspekte habe ich jetzt mitgenommen. Vielleicht können wir die später tatsächlich noch etwas vertiefen. Einmal das Thema Fachkräfte. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Voraussetzungen, während sie in Deutschland insbesondere zunehmend fehlen, bildet Indien ja hervorragende Fachkräfte über den eigenen Bedarf hinaus aus jedes Jahr. Und die Frage ist wirklich, was kann man da tun, um auch da eine Win-Win-Situation herbeizuführen? Und das andere Thema sehr interessant, eben Joint Ventures und insgesamt einfach der Aufruf zur Kooperation, um die Probleme zu lösen. Ich denke auch, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ganz herzlichen Dank nochmal, Herr Tschadwal. So, jetzt wollen wir den Kreis schließen. Wir haben begonnen mit der Perspektive der EU-Kommission in Herrn Bertz. Dann haben wir gehört, was sich die Unternehmen beider Seiten wünschen. Es wird jetzt also Zeit, die Stimme der Bundesregierung zu hören. Wir begrüßen dazu sehr herzlich aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, also dem Gastgeber der Außenwirtschaftstage, Herrn Dr. Andreas Nikolin. Herr Dr. Nikolin ist Beauftragter für Osteuropa und Asien-Pazifik im BMWi. Er hat in Bonn Mathematik studiert und anschließend sein Master in Economics an der London School of Economics absolviert, bevor er dann in München seine Promotion ablegte. Er startete seine Laufbahn 1998 beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, wie es damals noch hieß. Es folgten Stationen unter anderem bei der deutschen Vertretung bei der EU, bevor Herr Dr. Nikolin dann 15 Jahre in verschiedenen Funktionen im Kanzleramt tätig war. Unter anderem als Referatsleiter Außenwirtschaft und bilaterale Wirtschaftsbeziehungen, sowie stellvertretender Gruppenleiter für nationale und internationale Wirtschaftspolitik. Seit Mitte 2017 zurück im BMWi ist er seit dem 01.01.2018 Leiter der Unterabteilung Außenwirtschaftsförderung und Beauftragter für Asien, Australien und Neuseeland. Herr Dr. Nikolin, mit der Verabschiedung der Indo-Pazifik-Leitlinien durch die Bundesregierung im vergangenen Herbst ist die Erwartung geweckt worden, dass es in einem gewissen Umfang zu einer Refokussierung der deutschen Politik bzw. der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen Deutschlands mit den Ländern der Region Indo-Pazifik kommen wird. Was ist seither geschehen? Welche praktischen Folgen haben diese Leitlinien in Bezug auf Indien bzw. welche werden sie haben? Und dann noch am Ende die Frage natürlich auch, für wie realistisch halten Sie es, dass es beim EU-Indien-Gipfel zur Aufnahme formaler Verhandlungen eines Handelsabkommens oder eines anderen Abkommens zwischen der EU und Indien kommen wird? Herr Dr. Nikolin, bitte. Ganz herzlichen Dank, Herr Luser, für die Einführung und ich bitte noch mal Verständnis, dass ich etwas später in die Veranstaltung gekommen bin, weil ich heute Morgen noch einen Termin mit unserem Minister wahrgenommen habe. Von daher kann es jetzt auch sein, dass ich einiges wiederhole, was die Vorredner schon gesagt haben. Ich hoffe, es wird nicht allzu starke Überlappungen geben. Ich glaube, wenn man hier in Deutschland von Indien spricht, da denkt man in erster Linie an die Pandemie, wo sich ja die Lage in Indien jetzt am aktuellen Rand sehr verschlechtert hat und das erfüllt uns natürlich mit Sorge. Andererseits hat Indien auch in der Pandemie zeigen können, wie wichtig es für die Welt ist, wenn wir an die Fähigkeiten der Inder und auch an die Kapazitäten im Bereich Pharma denken. Und Indien hat ja von Anfang an auch, wenn es um Impfstoffverteilung ging, sehr viel Solidarität gezeigt mit Drittländern. Also ich glaube, das war sehr vorbildlich. Und insgesamt hat sich, glaube ich, die geostrategische Situation Indiens sehr stark verbessert in den letzten Monaten. Das hängt natürlich auch stark zusammen mit der neuen US-Administration und dem Ansatz der US-Administration, Allianzen zu bilden mit Blick auf ein bestimmtes Drittland. Und das wirtschaftliche Potenzial Indiens, das wurde ja jetzt schon verschiedentlich angesprochen. Das ist natürlich klar, dass das sehr groß ist und überhaupt Südasien, Südostasien ist ja eigentlich seit einiger Zeit auch der dynamischste Wirtschaftsraum weltweit. Und vor diesem Hintergrund kamen dann, glaube ich, die Indopazifik-Leitlinien der Bundesregierung im letzten Jahr auch zum genau richtigen Zeitpunkt. Der Grundansatz ist, dass der Bereich Indopazifik jetzt umfassend neu in den Fokus genommen werden soll. Und das ist natürlich in weiten Teilen auch außen- und sicherheitspolitisch motiviert, aber als zweite Säule auch der Bereich der Wirtschafts- und Handelspolitik. Und das ist natürlich ein relativ abstrakter, aber dennoch sehr wichtiger, wie ich finde, Ansatz. Es geht auch nicht um die Abwendung von irgendwelchen Partnern, die vielleicht bis jetzt ziemlich dominant waren. Es geht eher um eine Art Rekalibrierung unserer Beziehungen zu den Ländern der Region oder vielleicht etwas näher an der Sprache jetzt der Wirtschaft um Diversifikation. Und dabei ist Indien sicher zentral, einmal, weil wir hier noch Nachholbedarf haben im Bereich der wirtschaftlichen Beziehungen und gemessen am Potenzial. Und zweitens auch, weil Indien ja wirklich auch ein Wertepartner ist. Es wurde vorhin auch hingewiesen auf das funktionierende Rechtssystem. Das ist ja auch ein Faktor, der in der Region nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, es ist auch das Interesse der deutschen Wirtschaft in Indien spürbar gestiegen in letzter Zeit. Das hört man immer wieder, wenn man mit der Wirtschaft spricht. Die Kooperationspotenziale werden auch gerade in sehr vielen Zukunftsbereichen gesehen. Digitalisierung, das ist ja auch traditionell ein starkes Feld in Indien, an Klimaschutz, erneuerbare Energien. Da ist sicher auch in Indien noch Nachholbedarf, genauso wie bei Infrastruktur. Ja, in dem Bereich Pharma hatte ich ja schon erwähnt. Und diese Themen sind auch in den Leitlinien explizit angesprochen. Und jetzt geht es darum, hier auch neue Impulse zu setzen in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit mit den Regierungen der Länder, aber auch mit der Wirtschaft. Und hinzu kommt natürlich auch das Potenzial im Bereich der Handels- und Investitionsabkommen im horizontalen Sinne. Wichtig wird es auch sein, auf der europäischen Ebene eine Strategie zu Indopazifik voranzubringen. Da laufen derzeit die Beratungen. Das hat wahrscheinlich dann auch Herr Berz schon erwähnt vorhin. Und ebenso brauchen wir, glaube ich, auf Seiten der deutschen Wirtschaft ein neu austariertes Konzept zu Asien. Das wäre sehr wichtig, auch mit Blick auf die weitere Kooperation der Bundesregierung und der Wirtschaft in der Indopazifik-Region. Denn ich glaube, das alte ordnungspolitische Denken, Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen uns unter den heutigen Bedingungen des internationalen Wettbewerbs hier zwischen Regierung und Wirtschaft, glaube ich, noch stärker vernetzen, als wir das bis jetzt schon tun. Zu den handelspolitischen Perspektiven im engeren Sinne. Ja, es ist immer wieder frappierend, wenn man auf das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Indien schaut. Da ist zwar mal die Marke von 20 Milliarden Euro pro Jahr erreicht worden, die man auch lange Jahre angestrebt hat. Aber insgesamt ist das Niveau natürlich noch enttäuschend. Das ist zum Beispiel nur ungefähr 10 Prozent so hoch wie das Handelsvolumen mit China und auch deutlich niedriger als zum Beispiel der Handel Deutschlands mit der Slowakei. Das ist ja auch immer eine beliebte Referenzzahl. Also das Potenzial ist hier noch längst nicht ausgeschöpft und es gibt auch einige Faktoren, die jetzt vielleicht eher nicht so in die richtige oder einige, eine Entwicklung, die nicht so in die richtige Richtung ging in den letzten Jahren. Zum Beispiel ist Indien ja aus, es wurde glaube ich auch erwähnt, aus der ACP ja ausgestiegen mittendrin. Und ACP wird ja doch allgemein als Meilenstein angesehen im Wirtschaftsraum Asien. Auch hat Indien ja sehr viele bilaterale Investitionsschutzverträge gekündigt, unter anderem mit Deutschland. Ja und wenn wir auf die Historie der Handelsgespräche schauen, mit der Europäischen Union wurde in 2007 mit den Verhandlungen begonnen, zu einem Freihandelsabkommen, dann 2013 wurden die Gespräche unterbrochen. Das kommt auch nicht so oft vor, also dass solche Verhandlungen dann so lange auf Eis gelegt werden. Also es gibt hier auch, es gibt hier doch ernüchternde Prozesse. Demgegenüber steht das große Potenzial oder auch die ewige Chance, wie eben so pointiert gesagt wurde. Also insgesamt gibt es jedenfalls, kulminiert das bei dem Freihandelsabkommen mit einem sehr großen Druck zur Wiederaufnahme der Gespräche. Und das ist ja auch aus Sicht der Bundesregierung sehr wünschenswert. Aber wie kann man jetzt diese Gespräche wieder in Gang bringen, angesichts der doch sehr gemischten Erfahrungen? Dazu hat sich ja auch Herr Berz vorhin vorgetragen. Ich glaube, ein guter erster prozessualer Schritt war, dass man jetzt einen High-Level-Dialog zwischen der Europäischen Union und Indien etabliert hat. Der ist ja sehr relativ hochrangig auf der Ebene von Exekutiv-Vizepräsident Dombrovskis und Minister Goyal auf der indischen Seite. Und der wird auch nächste Woche erneut tagen im Vorfeld des europäisch-indischen Gipfels am 8. Mai. Und auch in Berlin werden wir Ende Mai, ja in Berlin ist ein bisschen vielleicht ein bisschen irreführend, also Ende Mai werden wir virtuell aus Berlin aus unserer Perspektive einen Regierungsgipfel mit der indischen Regierung haben. So dass es also jetzt doch viele Möglichkeiten gibt, um die Freihandelsgespräche auch auf der politischen Ebene wieder in Gang zu bringen. Aber damit das auch dann funktioniert, brauchen wir, glaube ich, sehr präzise Commitments beider Seiten, damit diese wahrscheinlichen politischen Signale dann auch praktische Folgen haben und umgesetzt werden können. Das ist ja ein Ansatz, der sich bei China mit Blick auf das Investitionsabkommen auch als Herausforderung gestellt hat. Dort gab es auch jahrelang wenig Bewegung, aber am Ende ist man dann doch zueinander gekommen. Also so eine ähnliche Herausforderung sehe ich jetzt auch hier mit Indien und möglicherweise könnte wie im Fall von China auch bei Indien ein Investitionsabkommen im ersten Schritt ein guter Ansatz sein. Das hat Herr Berz sich ja auch vorhin vorgetragen. Da laufen auch Gespräche mit der indischen Seite. Gleichzeitig soll aber natürlich die Perspektive eines echten Freihandelsabkommens erhalten bleiben. Das ist auch eine Linie, eine europäische Linie, die von der Bundesregierung ausdrücklich unterstützt wird. Und das ist auch an dieser Stelle ein Unterschied zu China. Richtig ist auch aus meiner Sicht die Position der deutschen Wirtschaft, die gesagt hat, die Perspektiven eines Freihandelsabkommens mit Indien müssen wir ganz klar an der erwartbaren Substanz beurteilen. Dies auch vor dem Hintergrund der Enttäuschung, die es in der Vergangenheit gab. Und leider muss man ja sagen, wenn man mit der indischen Regierung spricht, da kommt immer noch so ein bisschen ein geringer, wie soll ich sagen, ein geringer politischer, ein geringer Willen einfach zur Öffnung, zum Vorschein. Da ist sicher dann auch auf der indischen Seite noch ein Umdenken erforderlich und im ersten Schritt jedenfalls echte Signale, dass man an substanziellen Fortschritten interessiert ist. Das ist möglicherweise, so wie ich es skizziert habe, auch ein bisschen der indischen Verhandlungsstrategie geschuldet. Aber der indischen Seite muss, glaube ich, klar sein, dass das ohne echte Signale jetzt ein Neustart schwierig werden dürfte. Also das ist ein bisschen die Situation, vor der wir stehen. Der Ausgang ist nicht ganz, ganz abzusehen. Aber wir hoffen jetzt erst mal auf ein gutes Dokument und einen guten Verlauf des EU-Indien-Gipfels und werden dann versuchen, auf der bilateralen deutsch-indischen Ebene bei unseren Regierungskonsultationen den Prozess noch weiter zu beschleunigen. Das war es vielleicht mit der Freihandelsperspektive aus meiner Sicht. Und jetzt freue ich mich auf die weitere Diskussion. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Nicolin, auch noch mal für die Zusammenfassung und die Beleuchtung der Situation aus Sicht der Bundesregierung. Da würde ich gerne eine Frage vielleicht noch ganz kurz anschließen. Sie haben die Regierungskonsultationen Ende Mai erwähnt. Ist da schon absehbar oder können Sie dazu schon was sagen, was wir da eventuell an konkreten Ergebnissen auch erwarten dürfen? Oder ist das abhängig im Wesentlichen von auch dem Verlauf der Gespräche am 8. Mai mit der EU? Also da kann ich natürlich den jetzt den letzten Gesprächen, die da laufen, noch nicht so richtig vorweggreifen. Aber es ist da eine intensive Abstimmung im Gange und es sind auch Schwerpunkte der Zusammenarbeit definiert worden entlang der Stichworte, die ich vorhin auch genannt hatte. Also sprich Digitalisierung, Klimaschutz, erneuerbare Energien, Infrastruktur, vor allen Dingen vielleicht auch mit dem Eisenbahnbereich als besonders wichtigen Sektor der Zusammenarbeit. Und natürlich versuchen wir auch den Freihandels, das Freihandelsthema dort voranzubringen. Da allerdings natürlich ein bisschen im Geleitzug der europäischen Bemühungen. Von daher ist da noch eine gewisse Offenheit im Moment gegeben. Alles klar. Vielen Dank, Herr Dr. Nicolin. Ja, wir haben tatsächlich im Moment bis jetzt genau eine ganze Frage aus dem Publikum und die richtet sich im Wesentlichen an Herrn Bertz. Also insofern ist es offensichtlich eine leere Schnittmenge, die wir da haben. Insofern würde ich gerne noch mal ein, zwei Fragen stellen. Ich würde gerne beginnen mit Frau Klaas-Mühlhäuser. Sie sind ja auch Mitglied im Vorstand oder Sie sind Mitglied des APA, des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft. Wie trägt dieser denn der gesteigerten Bedeutung Indiens Rechnung? Gibt es da konkrete Initiativen? Danke, Herr Luser. Ich bin ganz froh über die Frage, weil wie gesagt, das ist so einer der Gründe, warum ich hier sitze. Wir hatten doch durchaus mehrere Sitzungen in den letzten drei Monaten als vorher und haben uns intensiv mit diesen ganzen Themen, die uns da anspringen, insbesondere Decoupling und so weiter, beschäftigt, auch mal erwägt, wie sich das auswirkt auf die deutsche Wirtschaft. Jetzt ganz konkret, was da auf uns zukommt und wie man dem auch entgegentreten kann. Jetzt vielleicht ganz kurz für jeden, der nicht genau weiß, wo der Asia-Pazifik-Ausschuss aufgehängt ist. Das ist eine Regionalinitiative des BDI als Dachverband. Da sind also alle Industrien auch drin gebündelt. Und ich bin da sehr froh, dass ich da so ein bisschen mitwirken kann, weil wir eben auch Interessen in der Region haben. Das ist auch nicht beschränkt auf Indien und China, sondern natürlich auch auf den ganzen Rest Südostasiens, der ebenfalls sehr prominent da besprochen wird. Und wir haben ganz klar gesagt, wir versuchen, die Diversität der Handelsbeziehungen zu unterstützen, soweit wir das denn können. Und alle gucken immer auf USA und China oder USA und Russland. Das ist erstens zu kurz gesprungen und wird auch der Realität überhaupt nicht gerecht. Ich glaube aber auch, dass wenn man das Netzwerk nicht stärkt, indem man sich bewegt, also sprich mit Japan, mit Indien, mit allen Ländern Südostasiens. Wir haben jetzt insbesondere eine Indonesien-Initiative zum Beispiel, dass wir dann alle darunter leiden könnten, was passieren könnte. Also ich glaube, dass da sehr viel Mehrwert drin liegt, wenn man sich da, wenn man die Fühler da weiter ausstreckt und versucht, diese Verbindungen zu intensivieren, weil wir sind alle nicht allein auf der Welt. Und ich glaube, da können wir einen Beitrag leisten, weil wir einen, ich sage mal, zumindest finde ich ganz gut repräsentiven Teil der produzierenden Industrie in Deutschland vertreten. Ja, vielen Dank, Frau Klaas-Mühlhäuser, auch nochmal für diesen Appell an Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist wirklich das Gebot der Stunde in ganz vielen Themen. Ich habe jetzt aber tatsächlich noch eine konkrete Frage, eine andere konkrete Frage bekommen, die an Sie gerichtet ist, nämlich wie bewerten Sie die regulatorischen Rahmenbedingungen in Indien? Oh, das kommt darauf an, was sich das jetzt bezieht. Also ich sage mal ganz vorsichtig, Indien kann ziemlich kompliziert sein, so aus der Erfahrung heraus. Also manche Dinge könnte man sich einfacher machen, indem man administrative Prozesse vereinfacht. Also ich bewege mich ein bisschen auf dünnem Eis, weil ich da natürlich jetzt nicht täglich operativ unterwegs bin und mich jetzt genau erkundigen müsste. Aber mein Tipp ist, ich sage mal, wir unterliegen ja zum Beispiel vielen technischen Standards. Und wenn es dann um Homologationen geht oder wenn es um, ich sage mal, solche Themen geht, die eine amtliche Genehmigung benötigen oder wie auch immer. Das sind immer so Themen, das dauert dann manchmal ein bisschen länger. Aber eigentlich, also ich kann mich nicht beschweren. Wie gesagt, also ich bin da nicht täglich operativ unterwegs. Was ich wirklich nochmal betonen möchte, ist grundsätzlich die Fortbewegung in Richtung bessere Infrastruktur, in Richtung einheitlichere steuerliche Situationen in Indien. Das habe ich nicht umsonst erwähnt, weil das einen Riesenunterschied macht. Ich sage Ihnen auch, warum. Ich bin oft gefragt worden, ob wir in Indien nicht anfangen könnten mit Industrie 4.0 vor so vier, fünf Jahren. Weil sie sagten, wir sind ja sehr stark in Software, wir könnten das doch super umsetzen. Da habe ich mal gesagt, Mensch Leute, zu Industrie 4.0 oder zu stärker automatisierten Prozessen, nichts anderes ist das ja. In den Fabriken gehört zum Beispiel so eine Just-in-Time oder Just-in-Sequence. Das scheitert aber allein schon daran, dass dieser LKW, wenn er sich einmal von links nach rechts oder von oben nach unten in Indien bewegt, an den Grenzen stehen bleibt, irgendwelche Zollabfertigungen machen muss oder ins Schlagloch fährt und nicht weiterfahren kann. Wir also zum Beispiel diese Prozesse gar nicht hinbekommen, die dafür notwendig sind, um so eine Steuerung zu erreichen. Und langsam bewegen wir uns in eine Richtung, wo wir tatsächlich so Dinge auch können und das freut mich sehr. Zudem muss ich sagen, wir haben immer sehr große Unterstützung erfahren von allen Ebenen der indischen Administration in der Vergangenheit. Das habe ich immer als sehr positiv wahrgenommen aus der Ferne. Wie gesagt, ich bin nicht vor Ort. Vielleicht noch zwei Worte zur Landwirtschaft, aber das ist hier nicht das Thema. Wir würden uns natürlich als Industrie sehr freuen, wenn in Indien eine gewisse Deregulierung an der Stelle stattfinden würde. Ich habe mit Sorge diese Bauernproteste beobachtet und glaube, dass es auch vielfach an der Kommunikation scheitert, weil auch da wäre eine, ja, ich sage mal, den Mittelmann da rauszunehmen aus dem Handel. Das sind alle schon Prozesse, die der Landwirtschaft helfen könnten, die dann eher unseren Kunden helfen. Und an der Stelle, glaube ich, besteht irgendwann Handlungsbedarf. Ich bin mir der Schwierigkeiten bewusst, aber ich glaube, dass das der Sache gerecht wird. Allerletzter Satz dazu, warum ist das so wichtig? Das ist wichtig für zwei Dinge. Erstens, wir sehen eine große Landflucht in Indien. Das hat zur Folge, dass die Mechanisierung steigen muss, weil einfach die Arbeitskräfte nicht mehr da sind. Es ist unattraktiv, diesen Job zu machen. Und das Zweite ist sicherlich, wenn eine gewisse Exportfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Produkte gegeben sein soll, dann wäre es auch von Vorteil, wenn man das nutzen würde. Jetzt habe ich einen großen Rundumschlag gemacht, aber das sind so im Wesentlichen die Themen. Ja, Sie haben auch ganz wichtige Themen angesprochen. So wie ich das im Moment verstanden habe, ist ja gerade das Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft auch ein wesentlicher Punkt der Indogerman Digital Expert Group. Und auch der soll ja bei den Regierungskonsultationen vorgestellt werden. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich... Darüber haben Sie gleich gesprochen. Ich habe ja nur über Digitalisierung in der Produktion gesprochen. Also wenn ich das noch einmerken darf. Ich meinte das Thema, aber trotzdem das Thema Digitalisierung und Landwirtschaft. Natürlich, Sie haben über die Produktion gesprochen, aber Sie haben auch über den Landwirtschaftssektor insgesamt besprochen und wie da die Effizienz gesteigert werden kann. Da kann ich nur Digitalisierung der Landwirtschaft kann ich auch nur anfügen. Das ist natürlich auch ein Thema. Es hängt aber eng zusammen auch mit der erst mal Mechanisierung. Wenn ich Dinge von Hand mache, dann kann ich da nicht so gut digitalisieren. Und das hängt wieder damit zusammen, dass alles, was technologisch hochwertiger als teurer ist und dann auch entsprechend finanziert werden muss, also Economies of Scale mit ein bisschen größeren Höfen auch helfen könnte an der Stelle. Aber jetzt, Entschuldigung. Vielen, vielen Dank. Ich gucke jetzt auf die Uhr. Ich glaube, wir haben noch zwei Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen, auch nochmal an Dr. Mohat und Pony Chattwa zum Thema Self-Relying India, weil ich glaube, es ist schon schwer nachzuvollziehen, wie auf der einen Seite das Thema Freihandel und Stärkung des Freihandels, auf der anderen Seite aber auch das Thema, nein, wir wollen uns eigentlich eher abschotten, zusammenpassen. Vielleicht eine ganz letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort an Pony Chattwa. Weil ich stelle mir vor, wenn es, wenn, wenn, also wie die Frage ist, wie hoch ist eigentlich der Lokalisierungsgrad bei den Touch-Hotels beispielsweise und was würde es für Sie bedeuten, wenn jetzt zum Beispiel keine Produkte oder Dienstleistungen mehr aus dem Ausland so einfach eingekauft werden könnten, inklusive vielleicht auch entsprechende Experten aus dem Ausland es wesentlich schwieriger hätten, zu Ihnen zu kommen. Was würde das für Sie heißen? Wissen Sie, manchmal diese Slogans versteht man schlimmer, als die sind. Also in Touch-Hotels, die Luxus-Hotels, die Paläste, da müssen wir französischer Wein oder deutscher Riesling anbieten. Das Gleiche gilt für Käse und das Gleiche gilt für die Art und Weise, wie man mit vielen Produkten arbeitet. Insofern ist es noch nicht so weit, dass man nur indische Weine trinkt und das Käse auch von Indien kommt. Und wir drei, die hier in Mumbai wohnen, Sie, ich und Dr. Mohat, wir sind ja immer ständig dabei, wie feiern wir die deutsche Feste mit Essen von Touch oder wie kreieren wir diesen Geschmack für deutsche Brot. Also das ist auch die Wahrheit, ja, das Resilient Indien und alles lokal zu machen, ist eine Sache, aber wie wir die Mumbai-Stuttgart-Partnerschaft gefeiert haben, wie wir Osten gefeiert haben, wie wir Weihnachten hier gefeiert haben mit deutsches Essen, ist die andere Seite. Mehr brauche ich ja zur Lokalisierung nicht zu sagen. Alles klar, danke schön. Okay, ich glaube, wir sind dann auch tatsächlich am Ende angekommen. In der Zusammenfassung würde ich sagen, es bleibt spannend. Wir sind insbesondere auf die Ergebnisse des EU-Indien-Gipfels Anfang Mai und auf die indisch-deutschen Regierungskonsultationen Ende des Monats gespannt, ob es zu konkreten Verhandlungen kommen wird oder nicht und wenn ja, worüber denn? Wir halten aber auch fest, dass es neben den Verhandlungen zum Freihandelsabkommen noch eine ganze Reihe anderer Felder gibt, auf denen die wirtschaftlichen oder bei denen die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Indien und Deutschland ein erhebliches Verbesserungspotenzial haben. Auch das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Zum Schluss dann aber auch die indisch-deutschen Beziehungen und Vereinbarungen müssen eingebettet sein in regionale und multilaterale Vereinbarungen. Nur so können wir unseren Stimmen mehr Gewicht geben und nur so können wir einer weiteren Beschleunigung in Richtung einer bipolaren Welt vorbeugen. Ganz zum Schluss sei mir noch eins gestattet. Ich habe in den letzten 75 Minuten, glaube ich, nur ein einziges Mal die Indo-German Chamber of Commerce erwähnt. Das wollte ich jetzt nochmal hindern. Daher zum Abschluss nochmal der Hinweis, dass wir die IGCC seit 65 Jahren deutsche Unternehmen nach und Indien begleiten aus unseren Büros in Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Kakota, Pune und natürlich Düsseldorf. Sollte also diese Diskussion Ihr Interesse an Indien geweckt oder sogar noch weiter gesteigert haben, Sie wissen, wo Sie uns finden oder wenn nicht, Sie finden uns unter indien.ahk.de oder auch indo-german.com, wobei das Minus da sehr, sehr wichtig ist, denn wenn Sie das weglassen, landen Sie, glaube ich, bei chirurgischen Instrumenten und die werden Ihnen bei Markteintritt in Indien nicht wirklich weiterhelfen. Nochmals in diesem Sinne ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten, an die Teilnehmer für die Aufmerksamkeit und die zwei Fragen, an die Panelisten für Ihre Einblicke und Ihre Zeit und danke natürlich auch dem Organisationsteam bei der IGCC und beim DIHK für die tolle Unterstützung. Ja, zum Schluss bleibt mir nichts anderes, als nochmal Danke zu sagen und bleiben Sie alle gesund und auf ein Wiedersehen, dann hoffentlich irgendwann und nicht in allzu ferner Zukunft in Indien. Wiederschauen. Auf Wiedersehen an alle. Auf Wiedersehen.